Logisches, hey ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocket Edition. Ich bin hier mittendrin gespawnt. Schön, Michelle, richtig schön. Welcome to Halbesherbst. Leute, wenn ihr mehr Pocket Edition wollt, oder vielleicht in der normalen Version mal einen Parcours, den ich mit Michelle oder Hattie zusammen mache, wisst ihr, was du tun hast? Leit einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Für was haben wir ein Holzschwert? Ich weiß es nicht. Wir was töten? Auf alle Fälle nicht uns gegenseitig. Das wäre sehr ungünstig. Lauf du als erstes drüber. Ey, was wird das jetzt? Lauf du als erstes drüber, Michelle. Mal, Michelle, du solltest drüber laufen. Okay, Mann. Checkpoint. Oh, okay. Checkpoint, okay. Ich hatte Sprünge. Schaffst du das? Komm, du schaffst das. Komm schon, Michelle, du schaffst das. Wenn ich Schaden kriege, oder was? Ja, du musst aber erst mal auf ein halbes Herz wieder runter. Komm, 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 komm. Einfach springen. Ich muss springen. Okay, ich springe weiter. So. Das ist ja noch easy. Komm schon. Okay, auf die Trapdoor. So, hier ist der nächste Checkpoint. Yeah. Oh, Gott. Nein, der hat den Checkpoint bei mir nicht gezählt. Da lieber nochmal drüber. Ist das dein Ernst? Ist das dein verdammter Ernst? Okay, hier rüber, da rüber, da rüber. Und, hallo. Okay, Michelle, wir müssen hier ganz vorsichtig durch. Ganz vorsichtig, okay? Au. Verdammt, du Lusche, ey. Was machst du denn? Was? Ich hab jetzt mehr Herz. Ai, 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 ai. Lauf! Ah! Ah! Ah, ich hab's hin. Okay. So, ich bin jetzt auch wieder runter auf ein halbes Herz. Mann, das ist mir jetzt schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Hier vorne ist der nächste Checkpoint. Mann, das ist ja übelst easy. Das gleiche jetzt nochmal mit Lava, Michelle. Hat er bei mir das nicht gezählt? Hallo, ich hab keinen Checkpoint bekommen. Hallo. Oh, jetzt. Hallo. Oh, Gott. Checkpoint. Michelle, lauf du vor, okay? Ich glaube an dich. Ja. Au. Mann. Oh, schnell, doch. Ich brenne mich. Nein. Ich brenne mich. Hör auf. Ich brenne mich. Ich brenne mich. Ich brenne mich. Ich brenne mich. Nein. Du machst das fair. Hör auf. Michelle, ich lag nicht so lange zurück. Nein. Oh, mein Gott. Nein. Hast du es jetzt ge... Okay. Michelle, mach es jetzt. Du bleibst jetzt stehen, bis du das halbe Herz hast, Michelle. Michelle, warst du schon auf dem Checkpoint? Da kommt schon wieder kein Checkpoint. Äh, eine ganz große Frage, die sich in mir jetzt auftut. Kriegt man nicht Instant-Schaden von diesen komischen Lava-Blöcken? Oh. Michelle, probier das mal bitte aus, okay? Aha. 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 Michelle, Michelle, das ist kritisch. Wie soll man das denn sonst machen? Erklär es mir doch. Ich weiß es nicht. Aber irgendein Tritt... Was ist das geschossen? Das ist gelettet. Ich habe es getötet. Aber... Das ist selblich regelkonform. Es muss einen normalen Weg geben, mit dem man das über diese Lava-Blöcke schafft. Ich glaube, ich weiß, wie. Und wie? Ich muss hier, glaube ich, drauf. Aber wie soll ich da drauf kommen? Ich komme mal zurück. Oh mein Gott. Du bekommst, wenn du auf den Blöcken sneakst, keinen Schaden. Was? Oh Gott, das Skelett. Oh. Du eisgealter Killer. Nein. Hast du es? Nein. Okay, okay. Ich warte hier auf dich. Ich warte hier auf dich. Attacke, Michelle. Attacke. Komm runter. Komm. Ich habe es tot. Da brennt. Ganz vorsichtig. Okay. Dadurch, dass du die Skelette getötet hast, ist es jetzt ultra einfach. Ich habe mich genervt. Ich habe es geschafft, Michelle. Komm mal, hol nochmal. Hallo. Au. Oh, ey. Oh mein Gott. Hör doch jetzt mal auf. Wartest du das an der Herzen hast? Alter, ohne Scheiß, Michelle. Mach das jetzt nicht. Nein, das ist ein Geschenk. Mann. Michelle, jetzt warte mal. Geh auf den Stickpunkt jetzt hier. Oh mein Gott. Du wartest jetzt, bis wir ein halbes Herz haben. Okay? Okay, Michelle, weiter geht's. Komm, wir gehen weiter. Michelle, ist das dein Ernst? Michelle, komm von der Wand runter. Komm zurück, Michelle. Hier runter, Michelle. An der Lava vorbei. Okay. Au. Verdammt. Ich dachte, ich schaue es wenigstens ein bisschen. So, wir warten jetzt. Wir machen das jetzt legit. Ich brenne. Ich brenne. Ach, wirklich? Mann. Das wäre fast in die Hose gegangen. Okay, ich weiß nicht, wie wir das hier drüber... Ich glaube, du musst springen. Ja. Was? Ich habe keinen Plan. Au. Wie schafft man das da drüber? Jetzt brenne ich auch. Er rennt einfach. Ey, ihn juckt das auch. Ich verbrenne. Du musst auf den Boden gucken und musst sneaken und musst halt so perfekt um die Ecke. Perfekt. Ja. Ja, genau. Millimeterarbeit, Michelle. Perfekt. Okay, jetzt kommt hier so Jump and Run Part. Oh, nee. Aber ich und Jump and Run. Oh. Und hier rüber. Und hier rüber. Okay, hier ist der nächste Checkpoint, Michelle. Hallo. Take mine. Take mine. Okay, was haben wir hier? Trinken? Do not step. Hä? Hä? Ich spring drauf rum, aber es passiert nichts. Okay, let's go. Ja. Oh. Ein Unterwasser Level. Oh, nee. Ah! Das war eine Erklärung. Ah, du darfst nicht auf diese Dinger. Kann man hier... Ah, hier ist eine Luftblase, Michelle. Bei mir ist eine Luftblase. Hey, komm. Du darfst nicht auf diese Druckplatten. Ist hier vorne auch wieder so eine Luftblase? Ja, hier, oder? Ja, perfekt. Okay, weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, da vorne geht es schon raus. Hier nochmal Luft. Der will rauskommen. Der will reinkommen. Ich weiß nicht, ob man es mit einer Luftfüllung bis zur zweiten Blase schafft. Das wird knapp. Das wird knapp. Oh Gott. Auftauchen, 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 auftauchen. Oh, okay. Geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Also noch nicht ganz. So, hier noch einmal rum. So, hier noch einmal auftauchen. Was zum Teufel machen wir hier? Ich bin ein wildes Tier. Du bist ein... ...Tisanosaurus... ...Michelicus. Michelicus, Alter. Ich hol Luft. Ich hab kein Bock mehr. Hallo. Luft ist wichtig, hab ich gehört. Warum können wir nicht einfach Kiemen bekommen? Weil du ein Tisanosaurus, Rexicus, Michelicus bist. Ja, kann ich fliegen jetzt? Nö. Ich glaub, die können nicht fliegen. Kann du. Wow, 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 wow. Die können... Wow, 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 wow. Wir sollten öfters Parcours-Spiele spielen. Au. Gott, Michelle, was kannst du eigentlich? Mann, wow. Wow, 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 wow. Oh, noch einmal auftauchen. Ich bin gleich am Ziel. Oh. Oh. Okay, ich tauch auf. Ich glaub, ich hab's geschafft. Oh, Gott, Michelle. Was? Au. Was? Was ist so? Ich bin nicht über den Checkpoint gelaufen. Ich hab das zwar gerade schon mal geschafft. Kein Plan, wieso ich gerade gestorben bin und das jetzt nochmal machen darf. Vielleicht, weil ich gestorben bin. Ne, brauch auch Luft. Ne, darfst du nicht. Ich hab jetzt aber Luft geholt. Darfst du nicht. Ich hab's wieder ausgeatmet. Hier ist Luft, oder? Ist hier Luft? Ja, noch eins weiter. Hier ist Luft. Hi, Luftchen. So, du hast es gleich geschafft, Michelle. Wir müssen jetzt hier vorne nur noch hoch. So, einmal hoch. Hallo. So, pass auf, ich bin hier oben irgendwie gestorben. Oh, ho, 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 ho. Okay, kein Plan, wieso? Wahrscheinlich, weil du deine komische Druckplatte benutzt hast. Wer ist es? Michelle, musst du jetzt nochmal schwimmen? Ja. Ich warte eine Weile hier auf dich. Das kriegst du ja eh nicht hin, Michelle. Michelle, wir sind in der Aufnahme. Ich werde nicht gecheatet. Nee. Jetzt lasse ich alles drin. Jetzt wissen die Leute, dass du cheaten willst. Du aller Cheater. Ich geh schon heck von deinem Namen. Gib mal eine Unterwasser-Tauch-Maske. Unterwasser-Tauch-Maske? Okay, bitteschön. Hast du sie bekommen? Wieso bin ich jetzt gestorben? Okay. Ich hab dich nicht gekillt. Au. TP mich doch wenigstens. Ich kann dich nicht tippen. Aber killen kannst du, oder was? Ja. Okay, jetzt kannst du das Slash-TP-Logo eingeben. Also, Z-Board. Ich bekomme die ganze Zeit den Checkpoint. Boah, Z-Board. Ah, jetzt. Jetzt habe ich zwei überbekommen. Funktioniert? Au. Ja, perfekt. Nein. Okay. Okay. Uh, warte. So. Okay, let's go. Wow, Alter. Wie schnell dieser Kampf aus so übertrieben krass. Du olle Kampfmaschine. Mann, die sind voll aggressiv hier. Ich glaube, ich habe dich geschlagen. Get in. Au. Okay, ich renne. Oh Gott, da ist ein Wizard-Skelet. Wie soll man das schaffen? Oh, nein. Okay, hier ist auch ein Dead-End. Also, entweder rechts oder links. Oh, oh. Oh, oh. Der ist ja übelst schnell. Oh, oh. Michelle verdorrt. Ah, Michelle, da kommen übelst viele Zombies. Oh, oh. Wo ist der Skelette? Ah. Ah, die ignoriert mich. Die ignoriert mich überhaupt nicht. Die haben mich getötet. Au. Wow. Ich bin an dem einen Spawner vorbei. Nein. Nein. Oh, ja. Weiter, 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 weiter. Oh. Wow. Okay, das ist nur ein Zombie. Nein. Okay, einen habe ich. Ist mir überhaupt den Weg. Ich weiß es nicht. Ah. 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 Ich glaube, hier müssen wir weiter. Da ist ein Fehler in der Map. Ich habe es. Hier ist ein Knopf. Au. Hallo. Nein. Wow. Wir sind beide gestorben. Oh, ja. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich möchte gleich noch mal. Michelle. Du eiskalter Mörder. Yo. Das ist wieder Pocket Edition Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann bleibt er logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao. Was wir hier sehen, ist eine freilebende Michelle. Äh. In dem. Was wir hier sehen, ist eine freilebende Michelle. Was wir hier sehen, ist eine freilebende Michelle. Wie Sie hier sehen können, haben wir eine. Also meine Art wäre schon ausgestorben. Also wenn Sie hier sehen können, eine Michelle. Oh. Oh. Was?